Bobby Box – Siebtes Abenteuer – Die Mausefalle Eben noch stand die Sonne blitzeblank am Himmel. Doch gleich darauf, als unser Poet den letzten Höhengrad hinabstieg, lag unten in der Ebene schon alles in Dämmerung gehüllt. Dunkle Ahnungen von kommendem Unheil trieben ihn vorwärts. Seiner Marigold mußte Gefahr drohen. Im Traum hatte er den finsteren Mr. Jim gesehen, der nach Osten eilte, also in Richtung der Poststation Norfolk, desselben Ortes, in dem Marigold demnächst ihre Tanzkunst zu zeigen beabsichtigte. Bobby schaute nach allen Himmelsrichtungen. Wie sollte er in dieser Wüstenei den richtigen Weg nach Norfolk finden? Er wollte sich schon auf seinen guten Stern verlassen und drauflos marschieren, als er im Schummerlicht ein verhutzeltes Männchen erblickte, das inmitten eines Steingerölls saß und scheinbar trübsinnig den Kopf stützte. »Holla, wo geht der Weg nach Norfolk?« rief Bobby den Griesgram an. »Über die Talsenkung hinaus«, antwortete das Männchen mit Grabes Stimme, ohne den Kopf zu heben. Bobby erschrak. Hinter den knochigen Fingern sah er einen lauernden Blick, in dem es teuflisch aufleuchtete. Das waren ja Mr. Jims Augen. Auch die Nase und das lange Kinn waren auffallend ähnlich. Schnell wandte sich Bobby ab, doch als er sich bald darauf umsah, war der unheimliche Kerl spurlos verschwunden. »Aha«, dachte Bobby Box, »ein Spuk! Der Teufel ist am Werke!« Er machte, daß er weiterkam. In der Talsenkung entdeckte er ein verborgenliegendes Haus, das recht sonderbar ausschaute und trotz sorgsam verriegelter Fenster und Türen alle Merkmale des Zerfalls und der Verkommenheit in sich trug. Wer mochte hier hausen oder gehaust haben? Bobby wollte weiter, ihm gruselte, aber eine unsichtbare Macht zog ihn die Stufen zur Eingangstür hinauf. Schon klopfte er. Nach kurzer Zeit klirrte ein Riegel, ein Spalt tat sich auf, und die Tür stand plötzlich sperrangelweit offen, ohne daß jemand sichtbar wurde. »Gespensterbude«, entfuhr es Bobby, doch grüßte er auf alle Fälle. »Good evening«, er nahm seinen Hut ab und schwenkte ihn in die Leere hinein, um sich zu überzeugen, ob wirklich niemand dort im Dunkeln verborgen stand. »Wir wollen es dem Leser verraten. Mr. Jim war es, der heimlich die Tür geöffnet, um Bobby hereinzulocken und sich dann schleunigst wieder in eine Nische neben der Tür gedrückt hatte.« Die giftgetränkte Spitze des Indianerpfeils aber, die vorn aus dem Hute des Dichters herausschaute, hatte den heimtückischen Jim in seinem Versteck erreicht, als Bobby seinen Melonenhut aufs Gratewohl ins Haus schwingte. Die wohlbekannte Habichtsnase bekam einen tiefen Ritzer. Bobby selbst merkte nichts davon, doch als er immer wieder in die dunkle Türöffnung starrte, kam ihm plötzlich der Gedanke, »Marigold ist hier in Gefahr!« Nun zwang er sich hineinzugehen. »Psst!« Kaum hatte er einige vorsichtige Schritte gemacht, schlug auch schon die Tür hinter ihm zu. Ein donnerähnlicher Paukenwirbel folgte, und mit Quieken und Rumoren, das wie Hohngelächter klang, empfing ihn eine Schar Ratten und scheußliches Nachtgetier, das ihn im Kreise wild umtanzte. Bobby sprang beiseite, da wankte auch schon der Boden unter seinen Füßen. Er war auf eine Fallthür geraten, die sich krachend geöffnet hatte und ihn in einer Versenkung verschwinden ließ. Schwer fiel er in einen öden und leeren Keller, in dem Moderluft und Grabesduft herrschte. Kaum war er nach dem Sturze zur Besinnung gekommen, als er auch schon von unsichtbaren Händen mit harten Stricken an einen Balken gebunden wurde. Jetzt ward es Bobby klar, daß er dem teuflischen Mr. Jim in die Falle gegangen war. Was nun? Wer sollte Marygold Hilfe bringen? Er selbst stand hier gebunden, machtlos. Der Staub, der in dichten Wolken aufgewirbelt war, krollte sich zur Erde. Nun aber staunte Bobby doch. Das Wort, welches er im Begriffe war auszurufen, erstarb auf seinen Lippen. An dem gegenüberliegenden Balken, geknebelt und gefesselt, stand Marygold. Deutlich sah er sie in gespenstigem Lichte, das um sie herum geisterte. »Servus, Marygold! O Marygold! Hier müssen wir uns wiedersehen!« Aber Marygold blieb stumm wie ein Fisch. Zwei Menschen standen sich hier in diesem weltvergessenen Kellergewölbe gegenüber, regungslos, nur durch eine kurze Spanne getrennt. Doch diese Spanne erschien wie eine Unermeßlichkeit, wie unerreichbare Ferne. Ein dritter Mensch, gleich dem Dämon der Finsternis, mit unförmlich geschwollener Nase und wirren Augen schlich heran. Hem, hem, ham, hum! Geldgierig griff dieser Dritte in die Dollartasche, die vor den beiden Gefesselten lag. Ein grässlicher Schrei der Enttäuschung und des Schmerzes zerriß die qualvolle Stille. Statt in die Geldscheine hatte Mr. Jim in den Rachen der wutzischenden Klapperschlange gegriffen. Er versuchte, sie abzuschütteln, aber die Giftzähne des Reptils saßen ihm fest in der Hand. Nun sah Bobby Box, dessen Verwunderung kein Ende nahm, den teuflischen Jim mit der noch freien Hand an einem Gegenstand hantieren, der, seine Verwunderung wandelte sich in Entsetzen, wie eine mit Sprengstoff gefüllte Bombe aussah. Eine weiße Schnur schaute aus einer kleinen Öffnung heraus. »Der Schuft legt Feuer an die Lunte!« schrie Bobby in höchster Verzweiflung zu Marigold hinüber. Marigold aber sah nichts. Vor ihren Augen lag eine breite Binde. Mr. Jim hatte sich nach dieser ruchlosen Tat mit seiner geschwollenen Nase und der Klapperschlange in seinen noch von Geldgehe gekrampften Fingern rückwärts durch eine Wandthür gedrückt und war verschwunden. Hier also, durch die bisher unsichtbar gewesene Tür, führte ein unterirdischer Gang ins Freie. Die Lunte schmorte. Der arme Bobby preßte seine Augen, liederfest zusammen, um Marigold nicht zu sehen. »Verlorenes Glück!« seufzte er, und vor seinem geistigen Auge sah er all seine schönen Träume versinken. Ein trautes Heim, spielende Kinder und eine liebenswerte und schöne Lebensgefährtin. Das wäre das richtige Happy End gewesen, brachte der elegische Dichter heraus und bedauerte jetzt, diesen verschwindenden Glückstraum nicht in Versen besingen zu können. Er wurde aus diesen Gedanken herausgerissen. Seine Nase verzog sich. Es roch nach verbrannter Baumwolle. Immer weiter schmorte die Lunte. Der fressende Funke näherte sich mit rasender Geschwindigkeit der Bombe. Rettung erschien aussichtslos. Bobby machte noch mal eine gewaltige Anstrengung, um sich aus den Stricken zu befreien. Doch was war das? Seine Hand hatte den Griff eines Messers gefaßt, das in seinem Rockschoß saß. »Hallo, ein Indianermesser! Ein Schnitt! Die bösen Strecke flogen! O Herz, schweig still! Das Gute muß doch schließlich siegen!« Schnell war auch Marigold befreit. »Hallo, hier im Taschenbügel sitzt ein Indianerbeil!« rief jetzt Marigold. Beide stürzten auf die Tür des unterirdischen Ganges. Ein Klang, ein Knacks, der Türverschluß zersplitterte. »Schnell, schnell, hindurch! Wer weiß, wer weiß!« Beide riefen es in fiebernder Hast und stürzten sich auch schon in den aufwärtsstrebenden Schacht. Hinter ihnen auf dem Boden glomm und sprühte es verdächtig. Zwischen dem Steingeröll, da, wo das verhutzelte Männchen gesessen hatte, gelangten Bobby und Marigold in die Freiheit. Schwarz wie die Schornsteinfeger lugten sie hinter einer Steinplatte hervor und harrten nun in freudiger Erregung der Dinge, die da kommen sollten. »Plomparadom! Kopf weg!« Den beiden dröhnte das Trommelfell. Wie aus einem Böller geschossen, ging das Haus in die Luft. »Da geht sie hin, die gute Stube! Es bleibt nur noch die Kellergrube! Die Geisterbude ist zerstoben! Die Trümmer regnen noch von oben!« Als Bobby diese Verse in das Getöse hineingeschrien hatte, schauten sich die beiden Geretteten an und lachten aus vollem Halse. Sie waren so schwarz, daß sie sich kaum wiedererkannten. Plötzlich wurde Bobby ernst. »Oh weh! Meine schönen Dollarscheine sind mit in die Luft geflogen!« »Nein!«, lächelte Marigold, und jetzt kam ein großer Augenblick. Das Mädchen zählte dem erstaunten Bobby aus ihrem Pompadour die tausend Dollar einzeln in seinen Melonenhut. Darauf ließ sie Bobby mit offenem Munde stehen und ging ohne weitere Erklärung daran, sich zu säubern und zurechtzumachen. Es war einmal ein Mägdelein mit Namen Marigold, wie fein! Die wußte sich mit wenig Sachen gar hübsch und nett zurechtzumachen. Im Täschchen trug sie allerhand ein Spiegel, der war schnell zur Hand, und für das Blondhaar wunderbar der nötige Kamm war immer da. Die Lippen, es hat keine Not, sie waren von Natur aus rot. Nichts brauchte hier gekünstelt sein. Es war einmal ein Mägdelein. Im Osten aus dunklen Wolkentoren brachen die ersten Sonnenstrahlen. Wie eine schaumgeborene Venus stand Marigold im ersten Morgenlicht. Bobby gebärdete sich wie unsinnig. »Oh, Mary, Schönheitskönigin, nimm diese tausend Dollar hin!« Doch Marigold wies ihn ab und meinte lächelnd, »Bobby, mein liebes kleines Kerlchen, behalt dein Geld, ich brauche keins!« Da, über Busch und Steppe, klang es in lautem Chor, »Marigold, Marigold!« Die Post aus Norfolk war da, und ihr Losungswort hieß »Black Bell«. Die starken und breiten Männergestalten, die bei Gott Respekt einflößten und lachend und rufend aus dem Wagen herauswinkten, verdrehten dem schönen Mädchen den Kopf. Wieder tönte es in lautem Chor, »Come on, Marigold, come on, nach Black Bell und tanze!« »Bleib, Mary«, rief der kleine Bobby dazwischen, »fahr nicht mit nach diesem Sündenhort!« Aber der Lockruf »Black Bell«, wo es keinen Teufel Jim mehr gab, zog die schöne Tänzerin mächtig an. Die Kutsche war nah herangerollt, die Peitsche knallte, Bobby war es, als ginge der ganze Postwagen mit Ross und Rädern über ihn hinweg. Die bunte Welt drehte sich um ihn herum, Männer lachten, Pistolen knallten, Musik erscholl von allen Seiten, Marigold tanzte und jubilierte. Als alles um ihn herum wieder still geworden und als alle Stimmen verstummt waren, fuhr die Postkutsche schon weit hinter der Talsenkung. In der Ferne noch halten die Peitschenhiebe durch die Ebene. Bobby schaute sich um. Marigold war verschwunden. Recht höhnisch kam ein Wind daher und fuhr in seine Dollarscheine, die er noch immer in seinem Hut von sich gestreckt hielt. Jetzt Kopf hoch, Bobby, jetzt heißt es philosophisch denken. Es bleibt mir, da sie nicht gewollt, im Geist die bessere Marigold. Mit der gibt's keinen Ehezwist, vielleicht es so viel schöner ist. Die Dollarscheine? Laß sie fliegen. Der, der sie braucht, wird sie schon kriegen. Mich kann das Geld nicht glücklich machen, ich werd auch ohne wieder lachen. Mit der